das sollte eigentlich nicht aufgefallen sind temperatur 86 ist aber das ok gut und dann fühle ich das hier auf auf der höhe von dahinten auf der höhe von dahinten füll das hier auf dich weg weil du bist dann im weg setzt dich dann wirst du auch im weg überall im weg du bist außerdem total sinnlos gut dich lassen wir einfach weg dann hätte ich gerne water beginn bist du da bist du macht das davon schön dann hätte ich gern das supertolle neue dings da und das können wir jetzt einfach hier so hinsetzen was so die wie die stehen falsch also der da steht falsch ja das stimmt das hatten wir absichtlich gemacht können wir allerdings jetzt beheben was sagt strom was hat der richtige strom was okay keine keine spielereien jetzt mit dem netzwerk die akkus müssen erst mal voll werden irgendwas ist da nicht so schön gelaufen die verbrauchen viel jahr die produzieren viel wir haben es tag fühlen sich trotzdem nicht alles ok wir kriegen nicht nur strom nimm mal bitte das ding da da weiter das hier und hier ja ihr habt jetzt auch alle keine strom aber die solar panels dürfen gleich was bringen wenn die denn genug da sind so alles voll beim da koko kom 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 1,8 sehr gut mehr solar panels es geht ja richtig gut okay hier oben ist noch frei lassen ich würde gerne noch viel viel mehr von den setzen aber wir könnten den einsperren wir kommen dass es reicht jetzt muss reichen 2,3 jahr was wird auch gleich nacht das ist ja wieder problem aber ich habe doch eigentlich nichts kaputt gemacht oder die laufen noch mal 86 wieder auf alle mit 100 also ja ich habe die ganzen maschinen angeknippst wieder und ich habe ein paar dazu gebaut aber so viel und habe ich jede menge türme abgerissen das könnte ich übrigens noch weitermachen weil das hier eh nicht so viele sind kleinen kram reicht allemal bei königen müssen wir später gucken aber die die laufen ja auch meistens so dass sie genau ins kreuzfeuer laufen von mehreren klastern von türmen das wäre auch noch interessant wenn die kai hätten die guckt wo sie am wenigsten beschuss bekommen würden und dann quasi scouts losschicken diese kleinen beißer die gucken denn von wo die laserstrahlen kommen wenn die dickeren viecher kommen dann laufen sie den weg der sicherer wäre also quasi durch schwarm intelligenz gelernt von den kleinen weißern das wäre schick so aber wer weiß was in die tech 2.0 alles kommt dass ich habe mich da nicht reingelesen ich will mich da ein bisschen überraschen lassen aber was ich halt gehört hatte schon vor ein paar wochen war das glaube ich sogar schon dass fliegen das fliegen die gegner kommen sollen was mauern ja schon mal sehr irrelevant macht und auch so was wie eine seeverteidigung wie wir hier haben will da nichts mehr bringen das heißt da muss viel viel mehr auf verteidigung gehen und auch wirklich mit etappen von der verteidigung arbeiten so wie ich kurzfristig ja mal geplant hatte mit meiner mittleren mauer und äußeren ringen und was weiß ich das müsste man wohl wirklich machen weil sonst fliegt irgendwann ein ganzer schwarm über die erste verteidigungsanlage hinweg und dann schießt niemand mehr auf die das strom 4 nicht so schön item collectors was eine lampe wurde zerstört also ein spitter hat aggression abbauen wollen hat eine lampe angeschossen ja okay das ist in ordnung ich brauche jetzt keine fabrik die lampen baut ist wobei für mein copy pasting brauche ich das ja gut warum nicht du baulampen wir brauchen jetzt eine fabrik die iron sticks baut lange mit der spaß aber auf du war iron sticks dafür brauchst du eisenplatten 100 stück und du wirst beschränkt weil wir brauchen nicht so viele heilen sticks wochen nur für eine sache nicht für das da sich beschränken wir auch wir brauchen nämlich nicht so viele lampen also iron sticks eisenplatte und sogar chips also ein wahrscheinlich nur aber trotzdem so 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 50 50 50 50 ok strom was soll das doch extra jetzt darf nicht ausfallen okay aus aus grünen chips aus aus gut hat das gereicht hat gereicht so kurzfristig aber gleich wird wieder tag und dann gehen diese an denn klappt das hoffentlich ja grünen chips hatten wieder ein paar im system wir sind bei 3600 ich sehe immer noch keine blauen keine roten was ärgerlich ist wird die habe ich aber alle dran gelassen das heißt die grünen werden jetzt verknabbert um so ein bisschen rot und blau zu produzieren ist gut eisenplatten kaum welche im system aber wir haben nicht wirklich den strom über dafür dafür naja wobei jetzt geht's tagsüber geht das kupferplatten brauchen wir auch so das würzeln das würzeln ich muss langsam das copy-paste ding dahin setzen sonst habe ich aber nicht genug strom ist das hier so wo bist du da bist du wenn ich dich jetzt hier hinsetzen würde dann müssten wir noch das da oben umsetzen genau das meine koste weg du richtig hin das allerdings shift klicken dich anklicken dich anklicken ja das muss ich genau umstellen bau bitte das blueprint den blueprint die blaue pause ist so bau das bitte dahin und da müssen wir gleich gucken die lampen werden zuerst gesetzt dankeschön genau die oh die werden sogar richtig eingestellt mit rezept wow und die kisten die kisten sogar mit dem was sie reinbekommen sollen das ist ja irre praktisch ich dachte das hätte ich alles noch von hand einstellen müssen und selbst dann wäre es noch praktisch gewesen aber so ist das ja genial sehr sehr schön okay wir warten jetzt einfach nur dass die ressourcen rein tun und irgendwann ist das ding komplett betriebs fertig also ich kann natürlich auch ein bisschen was selber machen damit schon mal das erste wasser ankommen zum beispiel und dann nichts zu tun hat ja boiler boiler sind problem weil die habe ich noch gar nicht automatisiert und haben wir hier robo abdeckungen ja aber nicht ganz ich müsste eigentlich hohe port auf tasche haben ja du mal einfach da haben wir noch keine tut da so also baue ich jetzt primär privat die boiler damit und mein crafting ausgelastet ist und währenddessen baue ich hier das ganze weiter gut stein wolle haben wir du hättest gerne stein boiler und mk1 rohre mk1 rohre und stein boiler 50 50 und ist viel sehen sie nicht gut ich stellst du hättest du overall ist gut und du brauchst du brauchst snowboard Wir haben 134 Sachen, nicht. Ja. Liquidhändler sehe ich auch gerade. Die muss ich bauen. Kommt alles gleich ins System. Du brauchst die da vor. Immer noch rote, das ist gut. Also rot und Stahl und die da. Fünf Stück. Zwischendurch immer wieder auf den Strom gucken. Auch wenn ich das eigentlich nicht mehr wollte. Also die goldenen Zeitalter sind wieder vorbei. Die sind wieder im silbernen Bereich, würde ich sagen. Und du brauchst dann die produzierten Lilanen und die Lila Chips. Lila, Lila, Lila und Stahl. Lila. Lila. Und Stahl. The Tube ist teuer, meck teuer. So. Gut. Das müsste jetzt also laufen und nach und nach oben die Boiler hinsetzen. Die Liquidhändler schmeiße ich einfach ins System. Genau wie in anderen Sachen auch. Das heißt, ich stelle mich einfach hier hin. Werfe die da rein. Werfe. Anderes Zeug rein. Werfe ganz viele Lasertürme rein. So. Das fehlt noch. So. Was fehlt noch? Zusammen mit den roten Kisten. Da könnte ich mal einen Platz für suchen. Und oder schaffen. Ja. Ja. Hätte ich ganz gerne. Ich hoffe mal, die reichen. Da runter. Mist reichen. Nicht. Ich brauche Stahl. Könnte ich bitte Stahl haben? Ich habe gerade keine Versorgung für die anderen Schwefelzaursachen. Nicht vergessen. Nicht vergessen. Nicht vergessen. Nicht vergessen. Oh. Schnappe ich mir einfach die da. Und da von K. Alter. Brauche auch einen Stahl. Gehen wir direkt an die Quelle. Quelle, 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 Quelle. Hier. Zwei Stahl. Da vielleicht. Acht Stahl. Ich brauche. Na genau. Das sollte schon reichen. Und die Rohre sollte ich zurücklegen. Sonst wird der Stahl da wieder verbraucht. Das ist nicht schön. Ganz und gar nicht schön. So. Du kommst von da oben. Gehst da runter. Und gehst bitte bis nach da. Damit ich hier Platz habe für. Ihr habt es erraten. Noch mehr Fabriken. Aus. Busch weg. Busch. Weg. So. Was für Fabriken wollte ich machen? Ich wollte eine Fabrik machen für. Kisten. Also setzen wir Kisten. Um gleich Kisten setzen zu können. Stimmt. Ihr solltet das Ding einfach mal als Muster auch abspeichern. Acht Fabriken. Ne. Acht Fabriken. Dann die Kisten und die Ärmchen. Ja. Aber nicht jetzt. Blaue Kisten. Rote Kisten. Rote Kisten. Rote Kisten. Rote Kisten. Ähm. Du nimmst Stahl, tu das da rein, beschränke es. Du nimmst Stahlkisten und grünen Chips war es, glaube ich. Ja, grünen Chips, tust es da rein, beschränkst das bitte. Und du bekommst dann die Smart Chest und Rote Chips. Da. Zehn Stück davon, kein Eisen. Was brauchst du? Du brauchst genau das gleiche, Schrift rechts, Schrift links. Beschränken. Ein Stack, ein Stack. Gut, das wird also auch automatisiert. Das heißt, ich muss jetzt noch viel länger warten. Ich musste am Anfang der letzten Session schon warten, dass das Stahl nachrutscht. Und jetzt muss ich noch länger warten, weil noch mehr, noch mehr Stahl braucht. Wie sieht der Strom wieder gut aus? Also gut, dann sehen wir uns nächste Folge wieder zum Warten. Bis gleich. Bis gleich.